Untertitelung des ZDF für funk, 2017 salaries propagandose PwS § Hallo. Mit meiner Frage, bist du musikalisch? Ich bin sehr musikalisch. Hallo. Aber Jonas, das geht doch nicht. Ich habe Ihnen einen Kaffee gebracht. Das finde ich ganz leitzend. Das hat ein Schüler noch nie gemacht. Wirklich? Also wir sind hier nicht im Kasperntheater. Dann verwechselst du die Einrichtung. Also es wird eng. Also ich kann nicht mehr so weitergehen mit dieser Einstellung. Ich möchte später auch mal eine Rente bekommen. Wer soll denn hier arbeiten? Und jetzt ist es total wichtig, dass die Basis gleich ist. Also, bitte, ein bisschen zügig. Fragen ist nicht erlaubt. Also ich muss das jetzt. Das ist der Sinn der Jungen. Schule! Ist nicht schön, die Niedel-Lubabo. Schule muss man nie von innen sehen. Ich habe gar keinen Bock auf die Schule jetzt. Nee, oder? Hatte ich auch nie. Hatte ich nie. Heils setzen.